Herzlich Willkommen zurück zu F.I.R.E.R. So, ich bin hier gerade aus dem Fenster gesprungen. Hab dann natürlich vergessen zu lesen, was Intervall 8 eigentlich wollte. Aber ich vermute, dass immer noch die Frau retten. Ich glaube Alice hieß sie. Und dann halt Faddle finden. Und wahrscheinlich neutralisieren. Ich habe jetzt jede Menge Muni. Eigentlich kann ich hiermit ausrasten. Aber ich glaube, ich habe das mal für große böse Onkels auf. Was soll das? Was tun wir jetzt hier und schreck einjagst? Oh, flipp ich aus. Ich gebe ihn zurück. Ich gebe ihn zurück. Was habe ich genommen? Kannst du haben? Ich meine, sag mir was. Ich bin nicht. Ich weiß nicht, ob das hier der einzigste ist. Oh, war ja mega daneben, Alter. Godlike. Okay, es ist nicht der einzigste Rückzug. Er humpelt schon ein bisschen. Was macht hier piep piep? Das klingt nicht so, als ob das freut mich ist. Halt's ab. Ach Mensch, ich soll gar nicht mit aufstehen. Da kommt noch mehr. Oh, die Order. Die wollen doch unbedingt mit Granaten spielen. Und ich habe keine mehr. Weil ich heute alle verworfen habe. Och, Menno. Weil ich irgendwo meine Granaten ausgesehen verwerb. So, jetzt wird es auch wirklich langsam eng hier. Ich brauche neue Muni. Der lebt da noch. Rast aus. Dann stelle ich mal eine halbe Muni weg. Und dann lebt der noch. Dann nehme ich auf jeden Fall mal mit. Scheiß kann es aber halten. Das da hätte ich gern noch. Noch. Jetzt. Perfekt. Lass mich hier rein. Selbigen Checkpoint. Kommt nie verkehrt. Endlich wieder volle Leben. Also zumindest volle Heilung. Oh, hier liegt es sogar noch. Muss ich großkotzig sein? Naja. Machen wir erstmal die Tür öffnen. Ach du Scheiße. Schrecklich. Hat natürlich wieder nichts zum Werfen. Ohne Mine. Das ist nicht eine Mine. Aber das werfe ich trotzdem. Da hin. Ja du haben. Und. Zündung. Gut. Dann. Jetzt eine Heilung. Ganzes Schild. Das da mitgenommen. Gucken wir uns erst mal ein bisschen um. Da habe ich noch zweimal Heilung. Warte noch. Es ist nur ein Auto mit drei Mann. Okay. Dachte ich. Da gibt es noch eins, drei mehr. Sit down. Nehmen wir noch mal einen hinterher. Tu auf. Voll ins Arsch drauf. Haben wir den Elbsehör noch? Yo. Da kommt endlich mal wieder einer der mir neue Muni bringt. WTF? Er hat einen Raketenwerfer. Unfreundlich der Dude. Hallo. Der hat verfehlt. Schreie habt's. Geil. Schreie. Seh dich nicht. Ja. Drei sollten reichen. Jawohl. Ziemlich unfreundlich. Ich habe gehofft einfach ein paar Nadeln auf mir. Das wäre nämlich geil. Komm. So einen Nadelwerfer hätte ich echt gerne gehabt. Ne. Ich dachte gerade da oben ist einer. Ja. Nur wie es aussieht kann ich mich gleich vom Nadelwerfer verabschieden. Oh. Ich bin voll mit Rüstung. Hab ich gesehen. Ich habe keine. Oh. Neue Granaten die ich sinnlos verwerfen kann. Noch mehr Rüstung. Oh. Ich weiß nicht. Komm. Nehmen wir dich mal mit. Warum nicht? 15 Granaten. Äh. Mit 15 Dingeln. Jetzt komme ich wahrscheinlich weiter. Hier. Raketen. Alter. Wie viel Heilung hier auf einmal rumliegt. Was für eine Messe habt ihr hier gewartet? Ich vermute mal ich muss hier hoch. Ähm. Ich vermute mal da kommt gleich noch mehr raus. Da ist er auch schon. Ich habe dich gesehen. Ich muss ja noch erstmal mich um die anderen Leute kümmern. Boah. Da schießt gleich ein Drilling ab. Scheiße. Ey. Dann hätte ich es auch getan. Nein. Nicht so viel bewegen. Dann treffe ich doch nicht. Genau das Mählich. Ist das eine Bullshit-Waffe? Gut. Jetzt mit viel Alarm. Hier für dich. Äh. Was? Ich dachte eigentlich ich werfe da meine Miene nach denen. Aber offensichtlich ja nicht. Miene. Na komm. Rusht mich ihr Assis. Ich komme in der Zeit mit dem da. Gott. Ich habe noch nie von hier. Habt ihr keine Lust? Wo ist die Miene gelandet? Oh scheiße. Ihr Niveau. Au. Ja hier. Kommt. Fickt euch. Ich komme. Ihr Wichser. Punch. Ist irgendwie jemand nicht erreichbar? Ist der andere zu? Den habe ich noch nie getötet oder? Oh der kommt noch mehr. Hi. Ich habe noch nie getötet. Noch mehr? Ich habe noch vor den Ballen. Heute kommt noch eher. Ja. So. Ich sehe mich erst mal meine zweite Miene hier. Ich habe noch noch ein paar der Ö in erinnern. Ups, hab' ich getroffen. Neh' ich mal die. Oh oh! Ich muss gar nichts sehen. Dieses Fass. Wir holen uns mal ne Heilung ein. Hier war doch viel mehr Action als gerade. Hier liegt nix zum Heilen rum. Nicht mal ne Rüstung. Ich muss ja mal gucken was hier noch so abgeht. Die Rammelmeierin Merkel liegt gleich davor. Rammelmeier. Der Name ist schon ein bisschen Pordo. Oh, sieh' ich mit der beschweren Taschenlampe. Oh Gott. Ach du Scheiße. Ich glaub' ich nicht perfekt für Ausgubssitz. Ok, ich dachte ich komm' hier hoch. Na komm, wir versuchen es mal. Jo. Lass mich rein. Nein, das war dumm. Ach, Fass du Däufel. Das da nehmen wir auf jeden Fall. Da hinten noch was? Nee. Ist jetzt ja noch höher. Ich hätte ja gedacht es geht noch weiter runter. Hallo. Ich hätte gar nicht runter gewusst. Scheiße, soll ich mich doch mal da unten umgucken? Ja, irgendwie schon. Der hier speichert. Nachher übersehe ich. Oder irgendwas. Ist das mal ne coole Waffe oder sowas, wenn er ist? Ah, sieht ganz wies aus. Nein, ich werde nicht weiterkommen. Ok, alles klar. Wackele du Sauen. Er wollte mich aber auch abfacken, Alter. Ähm, knapp. Ja. Ist da noch einer? Ja. Feuerwerk. Die sind ja voll aufs Suizidkommando aus, ne? Unheilvolles Sound. Scheiße ich mir ein, Leute. Sieht nicht. Da lang, vermutlich. Ok, da komm ich mich erst mal um. Aber ich glaube hier wird es nicht mehr viel geben. Vielleicht nehmen wir den Müll einmal noch? Ach, nee. Nein. Kann nicht sein, dass ich hier die ganze Zeit Helicopter höre und nie einen sehe. Bin ich denn blind, oder? Die Situation in Oberts scheint nicht zu zu spüßen. Kurz nachdem ein Buchschau mal des Wels Militärs auf dem Dach eines leer stehenden Hotels abstürzte, wurden heftige Kampfhansungen in der Brustmittelwachen Umgebung gemeldet. Die Polizei hat das Sperrgebiet auf Oberen ausgeweitet und mit der Evakuierung des Industriegebiets begonnen. Das ist ja eigentlich der ideale Ort, um mir einen Unsichtbaren aufm Hals zu hetzen. Oh, er hat mich schon gesehen. Ich bin extra gerade zurück. Dafür habe ich doch wieder nicht die richtigen Waffenlöde. Ja, er hat sie. Also. Keiner weiter. Keiner. Das wird ein Suizidkommando hier rein zu rennen. Da oben ist was Gelbes. Das brauche ich auf jeden Fall. Ja, ich auch. Gucken wir ja. Ja, will ich ja nicht. Uh, das ist fies. Das ist, äh, dreist. Hm. Hm. Da will ich hin. Entschuldigung, das ist eine geile Waffe. Ey, du nix doch. Da ist was. Perfekt. Da kommt ja noch einer. Sehr unfreundlich, die Stelle hier. Guck, wir nehmen das Ding einfach mit. Scheiß drauf. Nix weiter. Ja, hier, ich brauche die mal leider. Leider keine bessere Knarre dafür. Ist das was jetzt hier, oder wie? Ja, hochmogeln ist nicht, ne? Nee, 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 nee. Also gehen wir unten weiter. Halt, bin ich bescheuert. Hier unten geht es ja auch nicht weiter. Hä? Wo komme ich da hoch? Ah, hier. Na klar. Oh Gott, voll verpeuert. Machst du's? Aber wenigstens was. Ja. Natürlich nicht. So, muss ich jetzt hier einen Trickshot machen? Äh, Jump? Nee, ich glaube nicht. Ich kann hier einfach nichts rumlaufen. Da gehen wir gleich hin. Oh Gott, wo lang... Also das wird der letzte Weg, wo ich hingehe. Da komme ich wahrscheinlich nicht mehr hoch. Na ja, schauen wir mal noch schnell hier hoch. Was ist denn irgendwas cooles? Ah, hab ich mir schon gedacht. Trotz, äh... Oh, meine Nagelpistole! Aber einer? Lohnt sich das? Oh, da bin ich mir uneinig. Ja. Kommt, 75 Schuss. Das reicht wenigstens für, na ja, sagen wir mal 50 Gegner. Ein bisschen optimistisch. Oh Gott, wenn ich hier nicht einfach runterfallen, muss ich jetzt echt das Ding runterklettern? Okay, ich kleidere mal das Ding runter. So. Okay. Die Kanalisation hätte ich fast gedacht. Tag die Herren. Ist das denn eine Biene? Ne, was ist das? Ein Stück Eisen. Genau da. Wo ich hier ein Auto rumstehe. Hüpf. Oh, ich bin voll. Das lassen wir mal noch kurz liegen. Hier kommt bestimmt gleich einer. Absolut nichts. Echt jetzt? Das irritiert mich. Das irritiert mich. Das irritiert mich sehr. Naja, lassen wir das Mediketer, wo es war. Oh, da ist er. Ich glaube ich bin zu spät. Scheiße falsche Waffe. Ne. Und klingeling. Letz, zwei, drei. Warte, mich mal an Augen geschlagen oder was? Hallo? Ach doch, da oben. Auf den Scheiß Fahler treffen. Auf den Scheiß Fahler treffen. Oh. Hat er mich getroffen. Dann kommt gleich noch einer. Na? Doch kein Rush. Wenn der jetzt rascht und ich gucke um die Ecke war. Ich hab doch mal die Granaten. Oh nein, welche das geworden ist. Ich will mal die sinnlosen Granaten hier mal ein bisschen verwerfen. Hier für dich. Oh ja, unbedingt. Und dann den hier. Slowmotion. Zapp. Und... Zapp. Der Rest hier macht die Schottie. Er leckt mich doch. Ach, die falsche Granate. Naja. Huch. Naja, so verkehrt war sie anscheinend nicht. So, jetzt warte, wir müssen hier noch mal kurz ein bisschen Muni und so. Ich hätte gerne die Granate. Das und das. So, da bin ich ja schon wieder mit 150 Schuss fast voll dabei. Das geht doch schon mal. Gibt's da nix? Ne. Oh, Granaten. Nice. So, völlig die falschen geworfen. Was war das? Hier explodiert auch noch was. Müssen wir noch ein bisschen aufpassen, dass hier jetzt gleich keiner auf mich wirft. Okay, der da. Nehmen wir noch mal einen Schritt zurück. Na, wo bist du? Schaut der hier raus, Salmo? Das ist ja unser Explosionszeug hier. Das irritiert mich. Ich mach das mal weg. Wo mich das hier nachher kehrt. Hallo. Er ist weg. Nicht? So, direkt... Hier so eine geile Gans stehen gelassen. Kommt doch hier bestimmt gleich irgendwo angeschissen. Wuhu! Kommts aus dem Dunkeln. Äh, falsche Granate. Ach, was soll's. NEIN! Das war ja aber doch ne Aktion hier. War das nicht und das auch nicht. Kann offensichtlich seine Waffen wegwerfen. Okay, und offensichtlich ist der da von wegen auch beeindruckt. Aber ja, ich hab auch so ne Gans. Noch Erinnerung. Der da nicht. Der da. Hehehe. Stich gesehen, du Pennel! So, das ist hier ja eigentlich nichts. Dann... Schauen wir mal hier runter. Das ist die Türe, wo ich den guten Herrn gesehen hab. Genau. Ja, je beherrlich. Äh, zack. Dunkel, ich seh nichts. Exit Downy! Das haben die Leute, glaub ich, nicht begriffen. Die sind mir da entgegengekommen. Oh nein, der hat mich gesehen. Oh nein, der hat mich gesehen. Alles gut, hörte ich erst so sagen. Ja, aber da geht ja nichts weiter. Die Paket mehr aufholen, die Heilung. Braucht keiner. Alles Schmutz. Ist der Raum groß. Huch. Sie ist jetzt da. Ihre Präsenz ist stark hier. Okay. Den hab ich schon völlig vergessen gehabt. Warte, hier geht's ja nicht weiter. Da kann ich ja nicht ruhig sein. Lütz. Oh, die Granaten immer. Ich möchte die auch. Genau. Einen wunderschönen guten Tag. Was ist das? Kannst du da durchbauen? Ne. Machst du die Tür auf und kommst da raus. Das ist okay. Wer war dort da? Huch. Alter, das war eine Schottie. Vielleicht mal gucken, wo die war. Hallo. Ist die Safetür hier? Hammer. Hüft steckt. Voll geil aus. Top Secret. Paketenwerfer. Hier packt irgendwas rum. Ich hätte gerne die Waffe mit den Bolzen. Ah ja. Da nimmt sich schon alles, was ich brauche. Sehr schön. Okay. Knopf drücken. Nichts. Okay. Drunter nichts. Da drüben auch nicht. Nee. Nichts für mich. Nichts für mich. Oh, hier schon wieder die Gun. Das war aber sauer ein bisschen, ey. Das ist noch eine Rüstung, die würde ich gerne mitnehmen. Uh, Granaten. Jetzt hätte ich sie fast übersehen. Habe ich mal Bock drauf. Ja, Typ, wie der da an der Tür steht. Ich dachte gerade schon, Mutter, das ist einer. Ah ja. Übelst die Geheimgänge. Hier habe ich gerade meinen Kollegen gesehen. Ich schaue ja auch nicht mehr, wie er war. Irgendwas Russisches. Kinski irgendwie mit Ende, glaube ich. ATC-Patrullienfahrzeuge regeln sich von Westen. Ich hatte das Gefühl, die Situation wird eskaliert. Ach was. Das war aber jetzt noch ja auch nicht eskaliert. Dann bin ich mal gespannt, wie es gleich abgeht. Das ist ja nicht so scheiße, Duster wäre gerade zu. Ah ja, sowas mache ich. Wenn ich das Ende eines Raums sehe und nicht irgendwo, weiß ich nicht, in schwarze Guckel. Hallo. Keiner da. Hälter. Wiesenhalle. Kann ich runterfallen? Ah ja, kann ich. Da sterbe ich bestimmt. Bin ich da rüber? Eigentlich schon. Was geht? Das ist nur so ein bisschen unsichtbar. Hab ich ihn? Hinter mir noch einer. Ich sehe nicht. Da vor mir. Oh, ist ja wies. Ich werde verrückt. Ich gehe mal ein paar Schritte zurück. Das, was der da am Movement macht, gefällt mir gar nicht. Da kommt einer. Piss dich! Sackratte! Danke! Ich habe mir meine schöne Rüstung kaputt gemacht. Ich bin gerade so stolz, dass ich bei mir voll bin. Wie gesagt, ich gucke da gleich mal hoch, glaube ich. Ich wollte ja erst mal nur kurz noch den Raum klären. Aber wie das ich fühle, das war es noch nicht. Oh, schade. Ich werde mich mal hoch schummeln. Nix mit hoch schummeln. Okay, dann komme ich doch hoch. Ich werde jetzt auch eigentlich hier drüber hier ran. So, aber okay. Kommt der nächste. Boah, goldig. Kann ich gar sagen, ey. Oh, voll fies. Jetzt dennoch woher geht das? Wiesig wahnsinn! Die größten Arschlöcher hier in diesem Spiel. Mache ich gar nicht. Selbst wenn ich weiß, dass er kommt, erschrecke ich mich. Hahahaha! Da ist noch einer! Aber coole Move haben sie drauf. Kann man den jetzt mal so? Kann man doch mal so sagen, ey. Der ist schon ja nicht fertig. Schauen wir einfach noch mal bis zum Ende, ich weiß nicht warum, aber auch einfach mal so. So und da noch etwas cooles. Sieht nicht so aus. Okay ist vorbei, also ist der Action auch vorbei. Saved, hier haben wir gesprennt. Gott, ich hab da so eine Verbindung. FIXER! Was passiert hier? Ich fall zur Seite geschubst. Reloading! Ich muss kurz warten wegen der Slowmotion, er ist hier auf jeden Fall links da, wie es funkt. Ein bisschen Slowmotion. Ach, das sollte reichen. Er kriegt nur noch 1 oder 2 und dann wird er sich, ich wollte gerade sagen, sowieso verabschieden. Huch! Was ist denn das hier? Hat der Friedensabkommen ausgehandelt oder was? Huch! Huch! Jach! Ja, da ist mir ne schöne Rüstung dahin! Wohin noch 2-8? Rüstung! Yay! Oh, Heidung Brauchpäder, ich hab sie trotzdem gern bei mir. Scheiße, muss ich da raus? Hätte ich da raus springen können aus dem Fenster? Oder bin ich jetzt hier gerade irgendwo dran vorbei gelogen? Warte, machen wir nochmal Licht. Nö, ich hätte da hoch rausjumpen müssen irgendwo. Ja, ich sag mal ja. Ansonsten will ich nämlich jetzt nicht was hier jetzt. Oh was, ich wollte es doch nur mal wackeln lassen. Wo soll ich denn auch hier raus? Hier komme ich doch gar nicht raus. Vielleicht kriege ich das Tor irgendwie auf. Ich habe das übersehen. Auch nicht. Hm. Ach, da ist die Tür. Die ist ja versteckt. Zwei Pillows, ey. Und der hat es nicht mal geschafft, alle Bete zu töten. Penner. Gut. So war das klar. Oh, da kommt ne fiese Rakete. Oh, da kommt ne Übel zur Hagel. Und ich geh da mal in Deckung. Oh, da kommt ne fiese Rakete. Das Problem ist halt, er ist groß und böse und sehr schnell. Meine Herren. Könnt ihr jetzt langsam aber sicher mal abkratzen bitte? Ja, komm. Noch ein oder zwei, dann hat er sich. Sag ich doch. Ich hab da noch nie mitgezählt. Ich glaube so um die 10. Braucht er. Das heißt, ich hab jetzt noch für 6. Oder sag wir mal für 5. Ich möchte vielleicht auch noch mal auf irgendeinen kleinen Fatz schießen. Mal schauen, ob das mich hier keiner belästigt, wenn ich mich hier umgucke. Oh. 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 Aber sieht ganz okay aus. Huch! Doppelkill! Sau! Wenn der da kam, dann kommt der bestimmt gleich noch höher. Hallo! Ne. Relativ ruhig. Ja, relativ ruhig. Das ist so komisch, dass ich rösch. Das sieht auf jeden Fall verdächtig aus. Uh, Waffenkammer. Klick, 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 alles meins. Alles auch. Was geht hier? Gibt's was zu gucken? Ach, das ist der Raum, wo ich die gerade umgelegt habe. Oh. Dann ist mir scheißegal. Hallo. Aha. Ist eigentlich viel zu offen für den Shotgun. Aber hier kommt bestimmt ein unsichtbarer Pisser. So nervig wieder. Dieses Babybär an die Ewigkeit ist eingetroffen. Freut mich zu ihr. Danke für die Hilfe. Ich wünsche ich könnte mehr tun. Zeig nicht Ihnen. Der hat sich gerade Babybär genannt. Ähm, kann ich hier drauf drücken? Okay, dann machen wir erstmal hier drüben. Schauen, ob da noch was abgeht. Da siehst du, da seh ich's doch. Das will doch unbedingt zu mir. Was? 190 leben. Yay. Also 1 oder 2 habe ich vielleicht übersehen. Was? Wollen wir mal hin? Ach gut. Es geht. Ich falle! So ein Scheiß-Dreck. Oh, was? Liegt da wirklich rein? Kannst du Luft? Ja. Okay. Was ist das? Was ist das? Was ist das? Keine Angst. Ich gehe einfach mal. Gleiche. Okay, die Wiese rumbackt. Das ist okay. Oh nö. Shotgun. Wie brauch ich das schonmal? Okay, letztes Mal wurde ich weggesappt von hier. Jetzt darf ich. Aha, aha, aha. Kommt der Sache näher. Was geht jetzt? Oh nö. Ich mach mal kurz das Safe. Die Stelle erinnere ich mich. Das finde ich hier früher schon immer gestorben. Das ist der übelste Hals. Ich muss dich hier irgendwo in der Ecke stellen und auf das ganze Viehzeug warten. Da ist einer. Der da. Der da. Okay. Äh, bisschen Panik. Soll ich jetzt den Knopf drücken? Oh. Da ist nichts. Ach, ich bin schon da. Das ging ja schnell. Was war denn jetzt hier? Hier Liedesoldaten. Da 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 da. Sind bereits in die Anlage eingetrunken. Das Motiv von ATC ist unbekannt. Sind aber feindselig. Na, Vettel ist wahrscheinlich auch hier drin. Ach ja, Alice Mortis hieß immer. Wurde nicht gefunden. Na doch, ich habe sie mal ganz kurz gesehen. Aber ich glaube das war eine Halluzination. Premieres Ziel ist, den Vater und seine Frau in Sicherheit, äh, seine Tochter in Sicherheit zu bringen und Vettel zu eliminieren. Der vierer Frontmann sollte darüber hinaus versuchen, Informationen über das Missionsziel der... Er ist ja wichtige bombardevolle Stimmen Nelsonfteamte im significationsfilm zu erkennen. Davor rein ne... Oh Oh Tja Ich save hier mal Und dann würde ich sagen, wir sehen uns beim nächsten mal wieder. Tschüüüüüamm